Hallo liebe GTA und Fortnite-Freunde! Heute sollte es eigentlich ein größeres Silvester-Video geben bzw. eigentlich einen Stream, aber geht ja leider momentan nicht. Daher so ein ganz kleines Video für euch. Ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und auch ein frohes und gesundes neues Jahr, falls ihr im neuen Jahr das Video erst seht. In dem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und startet gut rein ins neue Jahr.